Hey ho und willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit dem Hause von Hohenzollern und ja man muss zugeben der vergangenen Folge gab es viel viel Zusammenfassung was bisher geschah da ist inhaltlich nicht so viel geschehen aber nun das lag jetzt auch an der längeren Pause dementsprechend gucken wir uns jetzt hier an wie es weitergeht und zwar müssen wir mal darüber reden dass Dietmar ja auch bereits mehrere Kinder hat und unter anderem Siegfried der erste Sohn der Sohn und Erbe vom Herzogtum Niederlothringen hier an der Seite hinter Pepe oder vor Pepe mehr oder minder ja wird er aufgezogen in dem Landen von Schwaben unter Pepes Fuchtel ja unserem Onkel der auch uns schon also Dietmar schon zum Herzog erzogen hat und dem wir doch auch sehr treu und sehr blind vertrauen können auch wenn wir sonst eine sehr paranoide und feige Figur darstellen und Pepe hier da macht man sich nicht viele Gedanken da sollte alles den rechten Wege führen und dann wird auch unseren Haupterben hier gut erziehen und wird vielleicht auch darüber hinaus nicht ganz uneigennützig dafür sorgen dass Siegfried eine ja die passende Frau findet ja er ist schon zwölf Jahre alt der Siegfried ähm und es wird langsam Zeit dass man sich mal umschaut nach einem einer passenden Frau und da habe ich jemanden gefunden der auch ähm sehr gut in die Region hier reinpasst denn ja Siegfried befindet sich aktuell hier sonst irgendwo immer mal unterwegs mit gemeinsam mit Pepe hier durch das Kaiserreich ähm es wird zu groß und erzogen wächst vor allem aber in Grüningen auf in Zollern wahrscheinlich ist er häufig und ab und an natürlich auch in Köln bei seinen Eltern aber vor allem unterliegt er dem Einfluss von Pepe ist mittlerweile auch herrisch sprunghaft und paranoid und herrisch ist natürlich so eine Kommi da muss man auch erstmal gucken was man mit anfängt aber wird auf jeden Fall ein sturer Charakter werden derivier hin und her ist aber vielleicht auch dennoch darauf basierend ist ähm ja dass etwas Großes aussehen wird wer weiß müssen wir mal abwarten was aus ihm wird darauf schauen was sich ähm mit der Zeit so entwickelt Es gibt da eine passende Partie für ihn, nämlich hier habe ich mal geguckt, ich habe ganz, ganz, ganz viel die Liste bei Relevanz durchguckt, das sind vor allem aber Personen, Frauen, die noch ein ganzes Stück älter sind als er und das ist ein bisschen unangemessen, es gab jetzt auch nicht wirklich die Personen, die extrem rausgestochen sind, es gab Bündnisse, die man intern schließen konnte, habe ich jetzt nicht so viele gute Sachen gefunden, ich bin aber bei Bündnismacht mal hier durchgegangen, habe ich erst gedacht, okay, guck mal hier zwölf Jahre in der eigenen Domäne, hier in Worms, sehr mächtige Verbündete innerhalb des Reiches, könnte man damit schaffen, aber nein, Pepes Einfluss kommt hier zu tragen und Pepe ist natürlich als sehr hervorragender Intrigenspinner in der Lage, auch über seine Domäne hinaus zu schauen, was sinnvoll wäre, hatte hier geguckt mit Kraftstoff von Dürren, Kraftstoff von Grüningen selbst, dass man ihn hier mit der Cousine verheiratet, also mit, wie soll ich sagen, mit der, ja, Tochter von Pepe selbst, aber das könnte natürlich unzüchtig sein, die sind zu nah aneinander mit der Verwandtschaft, dass es noch nicht so gut hinhaut und das weiß auch Pepe selbst, dass es hier zu Problemen führen könnte, solche Heiraten sind durchaus legitim, auch gerade im Mittelalter gewesen, aber hier könnte es natürlich auch dafür sorgen, dass man Dietmar erzürnen könnte, wenn man einen solchen Vorschlag macht, dass vielleicht Pepe seine Macht ergreifen möchte oder so und dafür ist er viel zu zufrieden und, ähm, ja, bedächtig, treuherzig und demütig, um solche Gedanken weiter auszuspinnen, deswegen wird man hier den Charakter entfernen, es gibt aber eine weitere Partie, die ja auch hier in der Nähe liegt, die uns eine mächtige Bündnismacht gibt und, äh, ja, direkt hier in der, wie soll ich sagen, äh, ja, Domäne mitunter von Schwaben liegt, wo ein Pepe halt und einen gewissen Einfluss vielleicht mit drauf hat, denn die Bayern haben damals geholfen, äh, Schwaben zu erobern, vom damaligen Herzog und, ja, man würde hier ein gutes Bündnis schaffen mit einem Grafen, der nach aktuellem Standpunkt, äh, sehr, sehr alt schon ist, sehr, sehr gebrechlich auch schon ist, verstümmelt, ist er zumindest gebrechlich nicht, aber auch kurz vor seinem Ableben ist und dennoch, ähm, gibt es halt diese junge Dame Judith von Formbach, die halt einfach bekannt ist in der Welt, die bekannt wird, sie ist religiöse Eiferer mit 14 Jahren, sie gilt als keusch, äh, demütig und rauflustig, äh, Gottfuck, äh, erklärt quasi, ähm, und trotzdem, trotz dessen, was heißt trotz dessen, gleichzeitig strotzt sie nur so vor Leben, ähm, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf diese Eigenschaft hinaus, dass man das dann vererben kann, ist natürlich ein netter Bonus, aber, ähm, ich fand, die Eigenschaften haben einfach so gut gepasst und sie gibt uns hier ein Bündnis mit jemandem aus der Region, das halte ich doch für sehr angemessen, dementsprechend werden wir hier die Haarad durchführen und Siegfried wird doch eine sehr mächtige Partie an die Seite bekommen und er nimmt das auch direkt an. So, hier wird eine weitere Aufgabe erledigt und zwar in Mark wird die Kontrolle mal wieder erhöht, das ist schön und wir sehen, mal wieder, äh, ist es soweit, dass ein Kreuzzug ausgerufen wird. Nun gut, gegen wen gibt's denn diesmal? Ein päpstlicher Gesandter erreichte meinen Hof mit Kunde aus dem Matikan, Papst Karlistus, und forderte alle christlichen Herrscher auf, zu den Waffen zu greifen. Als Katholik und Herzog wird von mir erwartet, dass ich meine Männer auf die Unterstützung dieses heiligsten aller Kriege vorbereite, denn die Weltkirche selbst gut heißt. All jenen, die den Kampf gegen die üblen Ungläubigen unterstützen, die die heiligen Städten von Aragon schänden, verspricht der heilige Stuhl umfassende Absolution von allen Sünden und einen garantierten Platz im Himmelreich. Wie gehen wir damit um? Wir sind natürlich gar nicht irgendwie großreligiös aufgestellt, ganz im Gegenteil. Wir sind erst zweimal konvertiert, wieder zum Christentum auch zurückkonvertiert. Tja. Meine Krieger werden bereit sein, man hat natürlich jetzt schon zweimal hier einen Kreuzzug für das Haus von Hohenzollern entscheiden können. Es geht um Aragon, das Königreich. Hier im Süden, die Reconquista. Es gibt natürlich einige Sachen. Oh ja. Oh, okay. Nur Barcelona ist dort noch katholisch. Das ist nicht so viel. Das heißt, man hat hier vielleicht ein bisschen was in der Reconquista verloren. Wobei, hier sieht es auch ganz gut aus. Hier im Süden, da ist noch nicht viel geschehen. Hm. Meine Krieger, wer hat er da mitkämpfen? Als Zeichen dessen, dass er wieder katholik ist, wird er sagen, ja, er wird da machen. Damit ist auch kein Geld. Ja, wir werden erst mal teilnehmen, ne? Nun gut. Graf Pepe lädt uns zu einem Fest mal ein und da werden wir natürlich nicht Nein sagen. Ähm, auf keinen Fall. Das halten wir für sehr sinnvoll. Wir brauchen zwei Bedünnsticken für diesen Krieg. Wenn wir da irgendwie was sind. Können wir uns selber einsetzen? Ne, ne? Das wäre natürlich witzig gewesen, aber nein. Hm. Hm. Könnten wir den mal einsetzen? Könnten wir unsere Mutter da einsetzen? Mal rein aus der Theorie. Ne, ne? Ne. Generell nicht viele Möglichkeiten. Wenn hier ein paar Huhn und Zollern gäbe es, wir können unsere Tante und unseren Feuer, dann wird es auf jeden Fall sie. Unsere Tante und wir sind befreundet mit ihr. Warum nicht? Wenn wir sie da einsetzen. Ne, gut. Ähm, und wir können Lösegeld bekommen von Graf Gerhard für unsere Halbschwester. Warte, was? Er fordert das. Dann müssen wir das wohl annehmen. Ja, wir haben super viele Geschwister, ganz viele Halbgeschwister bekommen durch diese Sache mit unserer Mutter. Wir haben hier Clementina von Hohenzollern. Sie ist kleinwüchsig, kommt ganz nach ihrer Mutter, könnte man sagen. Da haben wir hier Volkmar von Hohenzollern. Das ist auch kleinwüchsig, auch ganz nach ihrer Mutter. Ähm, Walter von Hohenzollern ist hier erstmal nicht besonders auffällig. Und auch Jutta von Hohenzollern. Mhm. Nun gut. Eine herzliche Begrüßung. Alle Gäste versammeln sich in der großen Halle und Graf Pepe begrüßt uns alle zu dem Fest, zu dem wir so großzügig eingeladen wurden. Na, hoffentlich lohnt sich das. Na, hoffentlich. Wir könnten hier einen Schritt weiter gehen. Hm. Geheimnis aufspüren. Da fällt mir was ein. Wir könnten mal gucken. Hm. Wenn hier jemanden foltert. Nee, foltern tun wir eigentlich nicht. Das hier mal machen. Kriegsführung. Gedeiht im Chaos. Ja. Das durchlebt er gerade durchaus. Hört seine Werte auch nochmal. Mit 22 Intrigen. Und ich denke auch, was mal an der Zeit wäre. Das fällt mir gerade ein. Wir könnten hier Artefakt Diebstahl machen. Und es wurde ein Artefakt abgenommen. Und zwar, wie man Gold verdient. Das wollen wir wieder haben. Wenn wir klauen, sollte das möglich sein. Getrübtes Urteilsvermögen. Als ich sehe, wie sich die Augen von Adela bei meinen Worten weiten, wird mir klar, was ich gerade über Graf Bernhard gesagt habe. Ich schiebe mühsam meinen Kug von mir. Ich hätte zu viel zu trinken. Mühsam versuche ich mich aufzurichten. Klaubt mir kein Wort. Und ich habe etwas ausgeplaudert. Meiner Tante gegenüber habe ich gesagt, dass ich jemanden ermordet habe, der mich Graf Bernhard hat. Gut. Ich habe versucht, es zu ermorden. Meinen schönen Gewänder. Genau diese. Möchte ich gleich nochmal. Jeden war klar, dass Adela zu viel getrunken hatte. Doch sie wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Schon das Aufstehen war ja zu viel für sie. Und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß mit stinkenden, erbrochenen Bedürfungen. So, das war eine reife Darbietung. Oder wir sagen, ihr sollt euch schämen, Adela. Okay, wir sind feige, paranoid, fühllos. Fühllos, also dass ihr irgendwas ausmachen könntet. Wir sind feige, trunken, einfach nicht von Natur sprechen der Allergien. Okay. Und dann. Ich werde das hier auswürfeln. Aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass das weitere kommt. Bei einem B6 nehme ich die 1 bis 4. Ja, 1 bis 2 für die oberen und 3 bis 6 untere Entscheidungen. Ich mache eine 4. Was habe ich gesagt? Ja, Daniel Unterhalt. Wir sind mal wieder angespannt. Und bekommen aufgedeckte Affäre. Unser Cousin, Christopher von Hohenzollern. Deine Affäre mit Bürgermeistern bei Pulga. Unser Geheimnis. Ne, wir haben ein Geheimnis offenbart. Gut. Das ist ja erstmal interessant für uns, aber nicht der Rede wert. Was für ein Festmahl. Ich werde mich noch lange an die Tage in den Hallen von Kraftkriper erinnern. Nun müssen die Spuren von Frohsel und Wein abgewaschen werden, denn mein Dienst für das Reich erwartet mich. Wir verlieren ein bisschen Anspannung. Ja, viel mehr wird hier noch zieren. Artefakt Diebstahl. Der Hofantiquar. Antiquar. Hofantiquar. Ähm. Hm. Interessante Person. Einer der offensichtlichen Hürden bei der Wiederbeschaffung eines Artefakts ist der Hofantiquar von Herzog Gerhard. Es ist Ruprecht. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, mit solch einer Person umzugehen. Und ich frage mich, ob Ruprecht die Art von Person ist, die mit einem geeigneten Bestechungsangebot dazu überredet werden könnte, den Blick in einem scheinenden Moment abzuwenden. Tja. So ein geärten Ritter. Also ich weiß nicht, ob er eine richtige Person ist. Artefakt für Artefakt. Wir könnten ihm einen Streitkolben anbieten. Werde andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Da sind wir zu paranoid für, da irgendjemandem das Vertrauen zu schenken, der uns völlig fremd ist. Heinrich, der Zehnte von Formbach, ist verstorben. Ach, das ist der ältere Herr. Ja, gut. Gut, mit wem haben wir denn jetzt dieses Bündnis? Mit uns hat er das Bündnis. Aber gibt es da keine weiteren Bündnissituationen mehr? Ne? Tatsächlich nicht. Flandern, Bologna, Grafberg und Westphal. Hm. Nun gut, dann war das vielleicht doch nicht die beste Idee mit dieser Hauptzeit. Naja. Hm. Vielleicht hat sich das Graf Peper auch anders vorgestellt. Dass man hier vielleicht mehr rausbekommt, irgendwelche Ansprüche bekommt. Und sie hat auf jeden Fall Ansprüche auf drei Regionen. Drei Grafschaften, hier nicht allzu weit weg von Grüningen auch. Größere Kontrolle. Die inkompetenten Steuereintreiber wurden nicht ausgelöst. Die wurden vertrieben. Ähm, hier wird gefragt, ob wir nicht einen Würfling auslösen wollen. Unsere ehemalige Ärztin war das, glaube ich. Mhm. Wer ist denn jetzt unser Arzt? Das ist mal eine gute Frage. Eine Würflinge, Hofämter, Hofarzt haben wir aktuell nicht. Da werden wir sie wieder einsetzen. Dafür haben wir sie freigelöst, ja. So, wir werden eingeladen nach Worms, zu einem weiteren Fest. Ja. Ich werde jetzt hier auch mal würfeln, ob wir da teilnehmen oder nicht. Ich würfel ein 5, also nein. Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Das werden wir nicht machen. Der Lehnsherr erwartet, dass wir konvertieren. Oha. Was haben wir denn hier? Den Mandaismus. Er gilt als Feindseele. Der Mandaismus führt seine Abstimmung auf Adam zurück, wobei Johannes der Täufer als der größte Prophet dieser Glaubensrichtung gilt. Die Welt besteht aus Licht und Dunkelheit und mit der Zeit wird über alle sterblichen Seelen dahingehend ein Urteil gefällt, ob sie würdig sind, zum ewigen Licht zurückzukehren. Nee, nimmt mir nicht an. Wir hatten das schon einmal durch mit Bekehrung, das hat gereicht. So, ein Blutbitt ist verfallen, gut. Wir werden wieder eingeladen. Hier von einem Vasallen, dem wir nicht ganz so gut zu sprechen sind. Nun, eigentlich relativ neutral. Hier werde ich wieder würfeln. Wir würfeln wieder eine 4 und damit, ja, hier müssen wir uns wichtigere Dinge kümmern. So. Ein Höfling unter Freunden. Uns wird da jemand empfohlen. Durch Pepe, okay. Mein Onkel Graf Pepe hat mich mit einem Besuch beehrt und mir einen seiner Höflinge mitgebracht. Pepe tritt aufgeregt an mich heran. Wohlan, Herzog Dietmar. Es freut mich zu sehen, dass es euch hier in Köln gut geht. Mir ist aufgefallen, dass Eckhardt an eurem Hof nützlich sein könnte. Er ist ein ungeheurer, talentierter Stratege. Sein Verstand spuckt immer alle möglichen Taktiken aus. Ich würde ihn ja gern selbst beschäftigen, doch leider scheint dies unmöglich. Es wäre mir so unrecht, wenn sein großes Talent verschwendet würde. Warum nehmt ihr ihn nicht auf und entfesselt sein wahres Potenzial? Ja, Graf Pepe, den vertrauen wir dadurch aus. Dann werden wir ihn dann in den Hof holen. Er geht als Meisterjäger. Organisator stark. Ein grandioser Kämpfer. Hier Rosenburg gehört. Dadurch bekommen wir sehr viel Anspannung. Uh-ha. Boah. Ja, also mein Roleplay würde das machen, weil Pepe, ja, ist paranoid und feig, aber wenn man ihm vertraut und er, ne, ist ja auch nicht dumm, ne, was das betrifft. Dass er uns was Böses will, hm, ich hätte das auswürfeln. Tja, aber dann auch wieder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für die zweite, also eins bis zwei ist obere und drei bis sechs ist untere. Wir füllen eine Eins. Mir kommt 200 Anspannung. He-he. Und meint ihr, ich falle auf diesen offensichtlichen Lügen herein? Ihr seid eindeutig ein bezahlter Meuchelmörder. Köpft diesen Narren. Okay. Und danach? Also hier wird jemand geköpft. Ah, hört auch der alten Religion an, das ich mir auch mal kurz angehört habe. Hermann, hm, dann verschwindet Allersand aus meinen Augen und bringt mir etwas zu trinken, bringt mir viel oder wir bekommen eingelegter Menschenkopf. Öh, und bringt mir den Kopf als Fußstämel. Oha. Ja, er könnte jetzt auch noch ein bisschen grausam werden, hm, ich werde das würfeln. Würfel eine vier und bringt mir etwas zu trinken, bringt mir viel. Wir bekommen Saufdurst. Okay, Moderatorgesundheitsmaß. Ein Hausmitglied wird angegriffen. Mal wieder, Jerusalem. Seid gegrüßt, mein Lebensherr. Ich habe herausgefunden, dass Baron Tagenos ererbte, war sein Wandel im Auferlegen, mehr an euch zu zahlen, als ihr bisher eingefordert habt. Oh, okay. Mhm. Warum nicht? Machen wir. Patrizia wird erwachsen. Und es können Leute heiraten. Mal kurz überlegen. Da kann ich mich nicht erinnern. Habe ich denn... Nee, habe ich noch kein Gold gezahlt. Das muss jetzt geschehen. Und er ist ein Graf. Er bekommt also 50 Gold mit Geld. Sie ist erwachsen. Und hat die Kriegskunst versucht zu erlernen. Das war einfältigt von mir. Sie hat nur ein grundlegendes Verständnis des Themas entwickelt. Wenigstens hat sie die wichtigste der Armeeverwaltung erlernt. Ich kann nur hoffen, dass der Rest mit der Erfahrung kommt. Wie schnell sie doch flüge werden. So. Die haben geheiratet. Und er bekommt jetzt hier als Graf, als echt mächtiger Graf, wie ich finde. Er besitzt hier zwei Grafschaften und zwei Baroninen. Die sind noch oben drauf. Er bekommt hier... Wie geht er jetzt? Ah, okay. Er bekommt hier eine mit Gift von 50 Gold. Aber wir sind auch wieder einigermaßen im Positiven, was das Geld betrifft. Das ist doch in Ordnung. Ähm... Damit kann man was anfangen. So. Artefakte. Diebstahl ist fehlgeschlagen. Das Einschleusen verlief wie geplant. Doch es konnte kein Artefakt gefunden werden. Es muss entweder unverschämtes Pech gewesen sein, oder ich habe nur inkompetente Lakaien in meinen Diensten, um einen solchen Misserfolg verursacht zu haben. Ich kann das einfach nicht glauben. Das ist inakzeptabel. Er bekommt auf der Hut. Gerade. Nicht bekommen. Und die Grafschaft Zollern hat wieder volle Kontrolle. Dann fehlt noch Württemberg. Können wir mal machen. Mh... Gut. So. Können wir uns mal zurückziehen. Verlieren ein bisschen Anstrengung dadurch. Ja. Ich habe den Dienern bevor, niemanden zu mir zu lassen. Unter keinen Umständen. Und als ich meine Schultern entspannen, wird mir klar, dass es genau das ist, was ich brauche. Verschwindet alle. Ja. Ist auf jeden Fall in den Fußstapfen von Christopher gefangen. Muss man mal dazu sagen. So. Das nächste Kind wäre Katharina. Ist auch schon zwölf Jahre alt. Wir müssen hier schauen, ob man ein passendes Bündnis an unserem Bruder... Na, ist natürlich Quatsch. Durchsinn durchscrollen. Bre... Schwabe. Könnte man doch nehmen. Raph Amadeus von Bre... Hm? Könnte hier auch noch die Sundgau erben, früher oder später. Warum nicht? Dann haben wir doch da eine... Könnten inzüchtig sein, aber sind weit genug entfernt verwandt, würde ich sagen. Ja. Dann machen wir das. Ein angepitter Charakter wird angegriffen. Oha! Das Pontifikat selbst greift im Kreuzzug... Ähm... Kreuzzug um Königreich Argon an. Ja gut, das ist jetzt ja kein Wunder. Wollen wir gleich mal langsamer machen. Und er nimmt es an. Gut, damit beginnt dieser Kreuzzug... um diese Länder rein. Und könnt ihr mal auf die Kräfteverhältnisse gucken. 90.000 gegen 30.000. Nun gut. Dann werden wir mal wieder unsere Truppen ins Heilige Land führen. Immer noch in die Absetzung da, ne? Er selber macht mit? Nee, das macht er ganz sicher nicht. Dazu ist er viel zu feige und paranoid. Er wird seinen Ratsmarschall hochschicken. Aber was ich mir auch grad denke... Er wird auch nicht seine ganze Armee hinschicken. Er würde maximal die Hälfte schicken. Wird ansonsten... ...wäre er nicht sicher genug. So stelle ich mir das vor. Hier, du wirst von dannen ziehen. Seine Hälfte seiner Armee los mit seinem Ratsmarschall. Er hier Liebesbläschen hat. Aber ansonsten ein sehr, sehr guter, mächtiger Mann ist. Was das betrifft, dieser führt die Truppen von Hohenzollern. Niederlothringen vor allem. Nach Süden. Oder von Schwaben. Je nachdem, ne? Wo ist denn da... Nee, ist eigentlich auch ein guter Kämpfer. Hätte ja sein können, dass er mit in den Armeen dabei ist. Ja, aber nein, ist er nicht. Erstmal passiert ja gar nichts. Interessant. Erstmal hier nach... Ähm... Will ja. Hier sind auch schon Truppen. Warum sehen wir die hier nicht? Ich bin verwirrt. Ich habe gesagt, ich nehme teil. Verstehe gar nicht, warum das nicht mehr der Fall war. Habe ich was übersehen? Doch hier auch meine Tante eingesetzt. War das sie? Nee, das war sie nicht, oder? Und da... Verstehe ich nicht ganz, warum das passiert ist. Dass ich da wieder rausgeflogen bin. Naja. Ähm... Streitakt hat niedrige Haltbarkeit. Nun gut. Nicht der Rede wert. Ehrlich zu sein. Einiges an Truppen. Oh ja. 15.000 stehen hier unten. Warte. Ich muss jetzt hier die Truppen ein bisschen aus seiner... Aus seinem, ähm... Gemüt führen. Er ist großzügig. Ich glaube, er hat auch ein anderes Bild bekommen, oder? Großzügig. War das nicht früher anders aus? Arrogant und geduldig. Okay. Geduldig spricht dafür, dass er wartet, bis er anderen Armeen da sind. Aber es ist arrogant, auch eine große Armee als Anführer, ähm... Anzugreifen und dazu zu sorgen, dass Verbündeten nachkommen. Dafür ist er arrogant genug. Aggressive Anführer spricht auch dafür. Entgegengesetzte Ansichten. Meine treue Begleiterin Helene weicht Abend für Abend meine Einladung zum Essen aus. Eine Tante, die wir jetzt hier, äh... bevorzugen, was den Kreuz so betrifft. Die wir vielleicht mal wieder gewinnen dann, ja? Heute schließlich, ähm... Treffe ich sie allein im Thronsaal. Dietmar, es tut mir so leid. Ich muss euch etwas sagen, als eure Freundin. Euer ständiges Anzweifeln der Beweggründe anderer, das lässt euch nicht gut dastehen. Ihr müsst doch gewiss selbst erkennen, dass ein Herzog mit einem solchen Verhalten nicht als würdevoll erachtet wird. Nein? Nicht ihr auch noch. Okay. Einigen wir uns darauf, uneinig zu sein. Werdet etwas lockerer. Ihr habt recht, Helene. Okay. Hm. Hm. Diesen Freund. Zu Freunden sind wir anders, würde ich sagen. Ein Paronid, feige, gefühllos. Gefühllos könnte er versprechen. Und herzlos. Sind Dinge gleichgültig. Ich würde das Mittlere sagen. Wir sind Dinge gleichgültig. Also wir nehmen den Rat nicht an. Diesen, diesen, diesen gut gemeinten Tipp eigentlich. Und sagen, ja, dankeschön. Ist mir egal. So könnte man es interpretieren. Mal schauen, ob wir hier diese Armeen anführen. Ein Feind wurde gefangen genommen. Und zwar niemand geringeres als Herzog Gerhard wurde von Brabant gefangen genommen. Der Krieg wird hier wohl verloren gehen für den König von Lothringen. Damit würde er abgesetzt werden. Und Prinz Hartwin würde ein neuer König von Lothringen werden. Er ist lüstern, schüchtern und eigenwillig. Hey, interessant. Ah, so ein internes Ding. Jetzt echt überlegen, ob wir da rauf mal spielen. Nee. Oh, 18.000 Mann kommen da. Geduldig. Wir wissen, dass hier Verbündete in unseren Nähen sind. Hm. 30.000 Mann kommen da hin nachrücken. Und damit die Flandern hier aufrücken können. Armee von Brücke müsste Flandern sein. Verbündeter. Ja, Zug A0 führt hier diese Armee sogar an. Unser Verbündeter. Eine Fraktion wurde gegen uns geschaffen. Eine Freiheitsfraktion durch Grafen Norbert. Okay. Da werden wir doch mal gucken und unserem Pepe hinschicken, dass er mal schauen soll, was da los ist. Kann ja gar nicht sein. Da wird eine große Schlacht ausgetragen. Ist hier ein Angreifer und arrogant genug, hier noch einen entscheidenden Unterschied zu machen in der Schlacht, die eigentlich schon verloren ist. Da geht er noch mit rein. Kann er nicht gewinnen. Fehlt es da was Kraft an tun. Der Türrichtige. Verarmung. Hier wird man quasi vernichten geschlagen. Wir verloren 1.000 Mann. Ja, 800 Mann. Das geht sogar fast noch. Unser Ratsmarschal beeindruckt. Aber die Basalen. Dadurch, dass er diesen Weg gegangen ist. Und Herzog von Brabant hat gewonnen. Viktor ist nun nur noch ein Schatten seiner selbst. Er ging gerne in den Hof eingeladen. Das wäre so gut. Was für ein Arzt er wäre. Damit haben wir nun König Hartwin von Lothringen. Wir haben eine nicht so gute Meinung über ihn. Da haben wir einen Platz zum Rat möchten. Von ihm verlangen. Wir können ihn huldigen. Wir sind feige. Paranoid. Vielleicht erst mal zurückhaltend. Vielleicht geben wir ihnen ja dennoch die Petition, dass wir im Rat haben. Wir warten erst mal ab, was er vielleicht von sich selbst ausmacht. Er kriegt auch eine Freiheitsfraktion gegen König Hartwin geschaffen. Okay. Wir werden eingeladen in den Rat als Radspitze. Warum nicht? Wir bekommen ja noch ein paar Boni. Wollen wir mal kurz gucken, welche Boni das sind. Wir bekommen natürlich Erschrecken. Mehr Lebenswandelfoki. Und bei Komplotten werden wir erfolgreich. Könnten wir denn nochmal hier? Können wir nicht, ne? Hm. Artefakt verlangen können wir machen. Er würde sogar annehmen. Ja, dann geben wir uns das Artefakt wieder. So, da kommt es zum Schlachten. Wenn man diesmal gewinnt. Aber wir sind nicht dabei. Und er hat es zu uns gegeben, ne? Ja, voll. Schön. Verwaltungslebenswandel steigt da durch. Und marschieren wir hier wieder zu mit den restlichen Truppen um Barthelona. Kommt auch noch ein Johanniter-Orden. Da kommen noch weitere Truppen der Johanniter. Ansehen. Dass alles kommt. Ich hoffe einfach, dass man nicht direkt, also selber hat er bisher nichts beigetragen und nicht wie der Erste ist. Nein, Rang 32. Schön. Also, was auch immer das war. Diese verbackten Kram war. Nervig. So. Seid gegrüßt, mein heiterer Lehnsherr. Bei meiner Tätigkeit am Hof von Graf Norbert konnte ich keine Geheimnisse entdecken, die seine Höflinge Agathe haben könnte. Allerdings müssen wir uns nicht zwangsläufig von der Wahrheit aufhalten lassen. Es wäre kinderleicht, einfach dafür zu sorgen, dass Agathe plötzlich doch Geheimnisse hat, von denen die Welt nichts erfahren darf. Wer ist denn Agathe? Die Enkelin von Graf Stephan. Ja, aber es juckt uns jetzt nicht so wirklich, muss ich ehrlich sagen. Hier gibt es keinen Grund für. Und marschieren. In Graf Kuno. Ich biete eurem Ratskanzler Graf Achenbald bereits einige Wochen Obdach. Und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen, über das ihr regiert. Unser Ratskammer gewinnt nochmal Meinung über uns. Gut. Ich sehe aber auch, wir sind schon wieder über die Zeit hinausgeschossen. Wir sind bei 30 Minuten angekommen. Insofern, ja, haben wir diesen Kreuzzug hier, der in der nächsten Folge eine weitere Aufgabe spielen wird. Ansonsten haben wir unser Artefakt wiederbekommen, zumindest das. Und wir haben dafür gesorgt, dass unser Sohn und Erbe hier eine passende Partie bekommen hat. Und er wird auch bald erwachsen. Bis dahin, hau rein, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Einen Grate, denen wirarti sind. Ich bin, hau rein. Untertitelung des ZDF, 2020